An der Filmmusik ist nicht nur der Komponist beteiligt, sondern auch noch der Music-Supervisor, Regisseur, Produzent und andere. Und die Kommunikation ist dabei mega wichtig. Und da soll ein neues Tool helfen, nämlich Freak. Freak ist ein browserbasiertes Tool, wird geschrieben freque.io. Momentan kann man sich noch kostenlos dafür registrieren. Irgendwann ist das Ganze ein kostenpflichtiges Abo-Modell. Hier oben rechts, da kannst du dich einfach registrieren und nicht wundern, wenn du dich schon registriert hast und nochmal drauf gehen möchtest und dich wunderst, wo ist denn der Login? Einfach auf Sign-up-Free gehen. Zack, bist du auch schon dabei. Links oben siehst du das erste Projekt, das heißt Learn Freak. Und wenn du ein neues Projekt, also einen neuen Film erstellen möchtest, dann machst du das rechts unten. Da steht ja schon Start by creating a project und ein Pfeil auf einen Plus-Button. Wir gehen jetzt mal auf das Demo-Projekt. Das wirst du auch haben, wenn du hier reingehst. Und wir haben hier insgesamt fünf verschiedene Videos. Aber wir gucken uns jetzt mal erst mal die linke Seite an. Erstmal steht hier ganz oben der Film-Name Learn Freak. Dann haben wir das Team. Wir können mehrere Leute dazu einladen, die daran mitarbeiten. Und vor allen Dingen das Ganze kommentieren. Und darum geht es, verschiedene Musikstücke zu kommentieren. Jetzt sind es schon zwei Leute. Ich möchte aber noch jemanden einladen. Ich klicke hier auf den Plus-Button. Jetzt kann ich hier die E-Mail-Adresse eingeben und sage, wer ist das überhaupt? Ist das ein Produzent, Director, Film-Editor, Music-Editor, Composer, Sound-Designer, Dialog-Editor oder ein Recording-Mixer? Dann haben wir noch ein paar Film-Infos, Client-Brand, Agency, Film-Production, Producer und Director. So, jetzt haben wir in der Mitte fünf verschiedene Videos. Das wären in dem Fall also die einzelnen Szenen oder die Cues. Die ersten vier, das sind Tutorials, Auditional Music, Commenting, Music-Editing, Overview. Aber das letzte heißt Demo und das ist jetzt das Interessanteste. Da klicke ich jetzt mal drauf. Und jetzt entöffnet sich ein neues Fenster. Wir sehen in der Mitte das Videofenster und unten drunter ein paar Wave-Files. Okay, und im Filmfenster klicke ich jetzt mal auf Play. Ja, und wer das Ganze jetzt als Podcast gehört hat, der wird sich vielleicht wundern, worum er nichts gehört hat. Niemand hat was gehört. Also, was wir hier sehen, das ist ein kurzer Film, circa eine Minute, wo wir einfach ein paar Bergbilder sehen und ein oder mehrere Bergsteiger. Das ist es auch schon gewesen. Und es gibt hier keinen O-Ton, werden wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Also, es gibt keinen O-Ton, aber unten drunter sehen wir ja schon einige Wave-Files. Und das ist jetzt schon mal einer der ersten großen Unterschiede. Wir werden auch gleich noch was hören. Aber das ist nicht wie in einer DAW, wie jetzt in Pro Tools, Cubase, Nuendo, Logic Studio One und whatever, wo wir erstens mehrere Clips untereinander haben können, die wir dann auch gleichzeitig hören oder wo wir auf einer Spur mehrere Clips nacheinander haben können und die nacheinander hören. Auch das ist jetzt hier nicht vorgesehen, sondern wir können immer nur einen Clip hören und auch immer nur einen Track. Also, einen Clip, der auf einem Track drauf ist. Okay, wir nehmen mal direkt den ersten Clip, der heißt Blue Thunder und wir fangen von vorne an. So, jetzt läuft dieser Track schon mal durch. Und jetzt kommen wir zu der Kommentarfunktion, denn jetzt können wir hier im Track sehen, dass auf einmal das Ganze so ein bisschen ausgegraut ist. Und jetzt ist hier so ein kleines Symbol, ich sage mal ein Männchen-Symbol. Und das ist eigentlich ein Kommentar-Symbol, wo wir sehen, oh, da hat jemand was kommentiert. In dem Fall bin ich selber gewesen. Ich habe mich selber kommentiert. Und jetzt sehen wir hier den Kommentar. Hier steht nämlich Breaks. Und ich kann jetzt auch mal direkt neben dem Kommentar auf den Play-Button drücken und dann komme ich direkt an diese Stelle. Und es gibt zwei Arten von Kommentaren. Es gibt Kommentare, die jetzt nur eine Stelle betreffen. Also, das heißt von bis. Und da klicke ich oberhalb des Wave-Files rein, mache jetzt einen Doppelklick und ziehe das Ganze jetzt nach rechts auf. So könnte ich jetzt ganz einfach einen Kommentar hier reinschreiben. Oder wir können es auch anders machen. Ich möchte einfach den ganzen Song möchte ich jetzt schon mal kommentieren. Und da klicke ich nicht oberhalb des Wave-Files, sondern unterhalb des Wave-Files mit einem Doppelklick rein. Und jetzt habe ich hier meinen Kommentar. Lustigerweise habe ich ja schon einen erstellt. Aber das machen wir bei einem anderen Song. Ich gehe jetzt mal auf Against All Odds. Oder hier nehmen wir mal After Party. So, da glaube ich. Dort habe ich auch schon kommentiert. Machen wir auf Unlocking Memories. So, da habe ich jetzt noch nichts kommentiert. Und jetzt mache ich einfach hier einen Doppelklick unten rein. Und könnte jetzt reinschreiben. Nice Piano. So, und hier rechts habe ich jetzt stehen den Kommentar Nice Piano. Jetzt könnte ich das Ganze gegen kommentieren. Write a replay. Äh, write. Write a replay. So, und könnte jetzt das wiederum gegen kommentieren. Könnte auch sein, dass jemand sagt, ja, die Musik von dir, die ziehen wir jetzt hier rein. Und die wird kommentiert. Also, ich sehe da folgende Anwendungsmöglichkeiten. Dass man zum Beispiel einfach die eigene Musik reinlädt. Dass die kommentiert werden kann. Oder, dass man Temtracks hat. Und dann sagt, ja, also an der Stelle, da finde ich es cool, wenn die Drums ungefähr so wären, wie hier in diesem Track. Und wenn wir an der Stelle Streicher haben, wie so und so. Und jetzt kann man ein bisschen tricksen. Ich habe hier zwei Tracks, die nacheinander kommen. Und die überlappen sich ein bisschen, aber im Prinzip kommen die nacheinander. Wir hören das mal kurz an. Der erste Track. Jetzt ist der fertig. Der ist so kurz. Und jetzt möchte ich aber den anderen, der quasi danach kommt, auch hören. Kann man ganz einfach tricksen, indem ich dann sage, dass dieser Track, der danach kommt, von mir angewählt wird. Und das mache ich jetzt einfach mal. Also so kann man auch ganz einfach zwischen den Tracks hin- und herswitchen, auch Tracks, die lang sind, um so on the fly einfach mal auszuprobieren. Was funktioniert für mich am besten? Und das finde ich insofern ganz gut, wenn man jetzt das wie in einer DAW hätte und hätte mehrere Tracks, die eventuell gleichzeitig laufen könnten, dann wäre das hin- und herschalten vielleicht nicht so einfach, weil man wieder mit Solo arbeiten muss und, und, und. Und das könnte dann auch für den einen oder anderen Beteiligten, der jetzt nicht so fit in so einem Programm ist, doch ein ganz schönes Hindernis sein. Jetzt gehen wir mal auf den Song I'm Ready, der relativ kurz läuft. Zack, und schon ist er vorbei. Und wir wollen, dass der Song erstens ein bisschen länger ist und nicht so ein langes Intro hat, sondern relativ kurz danach vielleicht schon ein bisschen mehr Drive entwickelt. Dafür gehe ich jetzt in den Editor, über dem Wave-File steht der Titel I'm Ready, links davon ist so ein kleiner Edit-Button, da gehe ich jetzt drauf und jetzt bin ich hier im Edit-Menü. Jetzt haben wir den In- und Out-Punkt und wenn ich jetzt in die Mitte davon gehe, dann habe ich das Fadenkreuz. Habe ich sogar, wenn ich rechts davon bin, aber ich gehe am liebsten jetzt mal in die Mitte und kann jetzt den Track ziehen, das Wave-File, innerhalb des In- und Out-Punktes. Das heißt, ich behalte immer noch diese paar fünf Sekunden, was es ist, und verschiebe innerhalb davon den Song, der eine Gesamtlänge hat von 2 Minuten und 20 und lasse das Ganze jetzt mal laufen. Jetzt starten wir schon mal ein bisschen schneller und ein bisschen cooler ein und ich sage, der Song soll bitte auch noch ein bisschen länger laufen. und jetzt fasse ich einfach rechts den Pfeil an und kann das ganze Ding hier mal aufziehen. So, und jetzt läuft der Song auch noch ein bisschen länger. Und jetzt wollen wir vielleicht gar nicht direkt am Anfang starten, weil vielleicht die ersten paar Sekunden ein bisschen Atmo haben sollen und wir wollen, dass wir erst reingehen, den ersten Schlag da, wenn wir den Typen sehen. Und jetzt möchte ich einfach diesen ganzen Clip ein bisschen verschieben. Und das geht auch, indem ich auf den Namen draufklicke, also nicht auf den Clip selber, dann haben wir weder das Wagenkreuz, sondern auf den Titel, der oben drüber steht. Und jetzt kann ich das Ganze einfach verschieben und kann jetzt an die richtige Stelle parken, wo ich ihn haben möchte. Ich glaube, das war gut. Ich höre es mal nochmal an. Das heißt, wir hören kurz nichts, 1,2 Sekunden, und dann gucken wir, ob das einigermaßen übereinstimmt mit dem Bild. Ja, ganz grob. So, und die ganzen Edits speichere ich jetzt, indem ich jetzt rechts auf Save Edit gehe. Und jetzt sehe ich hier oben den Song I'm Ready mit allen Infos, die ich jetzt dafür habe. Und jetzt gehen wir nochmal zurück. Wir gucken uns nochmal die ganzen Einstellungen an. Also, wenn ich jetzt auf dem Song bin, dann gehe ich hier, nicht auf dem Song, auf dem Video-File. Dann sehen wir erstens den Namen, Demo, dann Edit. Wir können den Timecode hier eingeben, der eingeblendet wird. Wir können den Editor noch eingeben. Wir sehen die Auflösung, die Framerate, Bitrate, den Videocodec. Und Audio sehen wir jetzt nichts, weil in diesem Film nichts drin ist. Jetzt können wir noch einen Film hinzufügen, Das wäre, wenn ich hier unten auf das Pluszeichen klicke, ein komplett neuer Film. Wir können aber auch sagen, hey, also das Ganze, was wir jetzt erarbeitet haben, da gibt es eine neue Version zu. Eine neue Schnittversion. Und dann klicke ich hier auf Upload in New Edit. Drücke auf das Pluszeichen. Jetzt wähle ich mal ein Video von mir aus, wo ich den Little Radiator von Soundtoys vorstelle. Und während das Ganze hochlädt, noch ein paar kleinere Infos. Und zwar, was auch ganz wichtig ist, den Entwicklern die Sicherheit hier, die wird wirklich zu 100% gewährleistet. Also auch wenn man an hochgeheimen Produktionen arbeitet, die wirklich eine höchste Geheimhaltung erfordern, ist das ja machbar. Das Ganze wird wirklich verschlüsselt hochgeladen und benutzt. Weiterhin sind die Entwickler generell sehr dankbar für jede Art von Feedback und Fragen. Das Ganze ist jetzt noch im Entwicklungsstadium. Und wenn du Fragen hast oder sagst, Mensch, wie wäre es denn mit der und der Funktion? Dann klickst du einfach hier ganz unten links auf das Fragezeichen, Help and Feedback und kommst jetzt zu dem Formular, How can we help? Und kannst ja ganz einfach weder ein Screenshot noch irgendwie einfügen oder ein Bild, aber natürlich auch einen Text eingeben. Also es ist nicht so, dass du ein Feedback geben kannst. Nein, es wird von dir quasi gefordert. Sag, was du brauchst, damit das Ganze wirklich für dich noch besser läuft. Und man muss auch sagen, dass der Komponist selber hier dran gearbeitet hat oder umgekehrt sagen wir, der Entwickler ist selber Komponist. Er weiß also, was er braucht, aber ist natürlich trotzdem angewiesen auf das Feedback und die Hilfe von anderen Leuten, damit das Tool wirklich mega, mega geil wird. So, jetzt habe ich was hochgeladen und jetzt sieht das zuerst so aus, als wäre das alte Pfeil, also die alte Schnittversion ersetzt. Hier steht ja immer noch Demo, aber es steht ja Edit 2. Aber wenn ich jetzt rechts unten auf diesen Pfeil klicke, dann kann ich das aufklappen und wir sehen, Moment mal, die alte Version ist noch vorhanden. Die kann ich einfach aufklappen. Die heißt Edit. Die neue Version heißt Demo Edit 2. Da gehen wir jetzt mal rein, aber bevor wir da reingehen, gehen wir nochmal in die Einstellungen und hier können wir nämlich auch bei Audio sehen, AAC. Und der Timecode, der beginnt hier bei einer Stunde. Okay, jetzt gehe ich mal auf das Video drauf und ich lasse es mal ablaufen. Zum Black Friday gibt es nicht nur tolle Angebote, sondern auch ein Geschenk und zwar von Soundtoys. Das ist der Little Radiator. Bis dahin hat also wunderbar funktioniert und jetzt möchte ich da mal ein bisschen Musik drunter legen. Die linke Seite mit den Audio-Files ist jetzt komplett frei. Also jedes Video hat immer seinen eigenen Audio-Pool. Dieser Pool kann noch nicht übernommen werden und deswegen ziehe ich jetzt mal ein anderes File rein. Wir machen das mal hier über das Pluszeichen und wir nehmen den Song Easy Go. Das ist in dem Fall ein MP3-File. Zum Black Friday gibt es nicht nur tolle Angebote, sondern auch ein Geschenk und zwar von Soundtoys. Das ist der Little Radiator, ein Modelled Classic Tube. So, jetzt hören wir, dass beides gleichzeitig abgespielt worden ist. Übrigens, falls das Abspielen von den Files zuerst nicht ganz klappt, dann hilft es ganz kurz rauszugehen sich eventuell wieder neu einzuloggen und dann sind diese ganzen Sachen auch hörbar und abspielbar. Jetzt ziehe ich dieses File von mir einfach mal hier rüber beziehungsweise runter und jetzt kann ich meine Stimme, also den Ton aus dem Film einfach mal solo hören, egal was unten drunter liegt. Zum Black Friday gibt es nicht nur tolle Angebote, sondern... Oder ich mache das Umgekehrte, dass ich sage, ich möchte meinen Gesabbel gar nicht hören. Ich möchte immer nur die Tracks hören, die unten drunter sind. Und jetzt kann ich auch hier die Lautstärke mal ein bisschen runterziehen, dass man sagt, ja, okay, man soll die Lautstärke doch von der Stimme hören, die man soll die Lautstärke hören. Also man soll die Lautstärke hören. Zum Black Friday gibt es nicht nur tolle Angebote, sondern auch ein Geschenk und zwar von Soundtoys. Und jetzt laden wir mal einen anderen Track rein. Wir nehmen den Track Women's Paradise und gucken jetzt mal, wie es mit dem Play funktioniert. Zum Black Friday gibt es nicht nur... Ja. Funktioniert wunderbar. Wieso spielt er jetzt immer noch? Tolle Angebote, Soll... Okay. Und jetzt ziehe ich das hier einfach rüber. Und es sieht immer zuerst so aus, Moment mal, jetzt habe ich ja auf einmal nur einen Track. Eben habe ich nur noch Easy Go gehört und jetzt sehe ich nur einen Track. Das liegt daran, dass ich jetzt erst mal immer in dem Edit Fenster bin. Also wenn ich jetzt nochmal Easy Go hier rüber ziehe, dann sehe ich immer, ich sehe wieder immer nur nur einen Track. Hat mich zuerst wahnsinnig gemacht. Ganz einfach. Jetzt habe ich Easy Go, habe alles editiert, gehe auf Save Edit. Wenn ich das habe, dann kann ich den zweiten Track reinziehen. Bin jetzt hier auch im Edit Modus und könnte jetzt hier wieder die Länge, die Position verändern und so weiter. klicke jetzt auf Save Edit. Und jetzt sehe ich die ganzen unterschiedlichen WAV-Files. Und kann mir das auch wiederum editieren, einen Kommentar dazu schreiben und so weiter und so fort. Zu den Kommentaren noch wichtig, wenn ich jetzt hier irgendwo einen Kommentar reinschreibe, sagen wir jetzt mal, ich möchte den ganzen Song wieder kommentieren und sage Nice One und hier unten, da mache ich jetzt den Doppelklick hier oben und sage Super. Dann kann ich momentan zwar drauf reagieren und sagen, okay, alles klar, habe ich erledigt oder wenn da steht mehr Strings. Es gibt auch noch ganz viele Funktionen, die kommen werden. Zum Beispiel, dass man sich eventuell die Farben aussuchen kann, egal wer jetzt ist. Momentan hat jeder dieselbe Farbe. Da ist immer die Frage, was verbessert, dass jede Person eine eigene Farbe hat oder dass ich Kommentare einfärben kann, dass ich sage, erstmal sind alle rot und wenn ich etwas abgearbeitet habe, dann wird es grün. Also was ist zum Beispiel dein Vorschlag? Schreib doch mal einfach einen Kommentar. Wie würdest du da am liebsten verfahren? Oder dass man vielleicht Kommentare abhakt oder in ein Archiv schiebt oder sollte jede Möglichkeit davon irgendwie vorhanden sein. Auf jeden Fall, da wird es auch demnächst ähnliche Möglichkeiten geben, die werden implementiert werden. Dann geht es weiter mit dem Exportieren von Kommentaren in eine Word oder Excel-Datei, die man sich dann einfach exportieren kann. und kann dann in seiner Door diese ganzen Änderungswünsche abarbeiten. Und was auch noch kommen soll, dass das Ganze zum Beispiel als ein AF exportiert werden soll, denn es kann ja sein, man hat jetzt diese ganzen Tracks und Temp-Tracks, die auch eventuell an verschiedenen Stellen anfangen. und dann ist die Frage, wie kriege ich die denn hier überhaupt raus, dass ich sage, okay, ich habe diesen Track und die Drums davon sind ziemlich cool. Ja, müsste ich jetzt noch irgendwie exportieren und das wird demnächst auch möglich sein über AAF. Das sind jetzt erst mal die wichtigsten Facts dazu. Also Freak ist momentan kostenlos, wird demnächst auch in einer kostenpflichtigen Abo-Version erhältlich sein. Ist sicher ein mega, mega hilfreiches Tool, weil es gerade für alle anderen, die jetzt nicht so in den Dons da sind, super einfach und schnell zu bedienen ist. Erstens können Tracks, die jetzt der Komponist hochgeladen hat, können kommentiert werden. Man kann Temp-Tracks hochladen. Alle Beteiligten, eben auch der Produzent, Regisseur und andere, können eigene Temp-Tracks hochladen, eventuell an die richtigen Stellen schieben. Und das Ganze ist quasi wie Frame.io, was wirklich fürs Bild ist und für den Bildschnitt. Und hier gibt es jetzt eine komplett Neuschnittstelle, die einfach perfekt für Ton ist. Das könnte jetzt Sounddesign sein, das könnte aber auch Filmmusik sein, für die es erstmal gedacht ist. Probier das Ganze selber aus, gib den Entwicklern Feedback, die sind super dankbar und super nett. Ich habe selten so ein schnelles Feedback bekommen, das war der Wahnsinn. Dann gab es auch noch kurze Videos, neun oder zehn Sekunden, in denen sofort gezeigt wurde, wie das erreicht werden kann, was ich wollte. Das war echt der Wahnsinn. Ich war und bin immer noch total geflasht, wie schnell das wirklich geht. Also da ist jetzt schon unglaublich viel Zeit und Arbeit reingeflossen und das ist gerade erster Anfang. Probier es selber aus, gib Feedback und schreib mir doch mal auch einfach, wie gefällt dir das Ganze, was hast du für Wünsche, damit das sich für dich einfach noch ein bisschen schöner anfühlt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.